Das größte Geheimnis Wanda Burn Das ultimative Geheimnis für anhaltendes Glück und Frieden liegt direkt vor deinen Augen verborgen. Sobald du es erkennst, kannst du dein Leben vollständig transformieren, über jegliche Negativität erhaben werden und dauerhafte Freude erfahren. Doch warum kennen nur so wenige Menschen dieses Geheimnis? Und vor allem, was ist es? Diese Zusammenfassungen werden dir die Augen öffnen. Sie werden enthüllen, was Propheten, Weise und spirituelle Führer seit Jahrtausenden wissen. Du magst dich fragen, welche bahnbrechende Erkenntnis das sein könnte. Dann bereite dich vor und freue dich auf die folgenden Zusammenfassungen. Zusätzlich wirst du erfahren, warum dein wahres Selbst weder in deinem Körper noch in deinem Verstand verankert ist, wie du negative Emotionen und Überzeugungen hinter dir lassen kannst und welche Vorteile die Esoterik der Wissenschaft gegenüber hat. Bitte beachte, die Inhalte dieser Zusammenfassungen spiegeln die Ansichten der Autoren wider. Für ihre Richtigkeit können wir keine Garantie übernehmen. Du bist nicht das, was du zu sein glaubst. Lass uns mit einer simpeln Frage beginnen. Wer bist du? Diese Frage mag dir trivial erscheinen. Du denkst vielleicht, das ist doch offensichtlich. Ich bin eine Person mit einem Namen, einem Alter und einem ethnischen Hintergrund. Ich habe einen Beruf, eine Familie sowie spezifische Vorlieben, Bedürfnisse und Erinnerungen. Doch was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn du in Wirklichkeit keine Person bist, sondern etwas völlig anderes? Was, wenn deine Vorstellung von Identität nur eine Illusion ist und diese Illusion all das Leid in deinem Leben verursacht? Das Wort Leid mag für dich übertrieben wirken. Vielleicht fühlst du gerade in diesem Moment kein Leid. Sicher, gelegentlich bist du wütend, besorgt oder gestresst, aber gilt das nicht für jeden. Um ehrlich zu sein, nein. Unter Leid verstehen wir hier sämtliche Arten von negativen Gefühlen. Und so unglaublich es zunächst klingen mag, dieses Leid ist vermeidbar. Es gibt Menschen, die gelernt haben, über ihre Sorgen und Ängste hinauszuwachsen. Und auch du könntest dauerhaft und vollkommen glücklich sein. Der Weg dorthin beginnt mit unserer eingangs gestellten Frage, wer bist du? In diesem Moment würdest du vermutlich sagen, ich bin eine Person. Du lokalisiert dein Selbst irgendwo zwischen deinem Verstand und deinem Körper. Aber diese Vorstellung entspricht nicht der Wahrheit. Da ist zunächst dein Körper. Du könntest ihn dir wie ein Auto vorstellen, etwas, das dich von einem Ort zum anderen befördert. Aber stell dir vor, du sitzt tatsächlich in deinem Auto. Würdest du dann behaupten, ich bin das Auto? Mit Sicherheit nicht. Und dasselbe gilt für deinen Körper, er ist lediglich ein Fahrzeug für dein wahres Selbst. Doch hier kommt der Knackpunkt, du bist auch nicht dein Verstand, obwohl es dir oft so erscheinen mag. Schließlich gibt es eine Stimme, die alles über dich weiß, deine Gedanken artikuliert und mit ich beginnt. Doch diese Stimme spricht für deinen Verstand, nicht für dich. Denn betrachte es einmal so, wenn du gerade keine Gedanken hast, verstummt die Stimme. Dann ruht dein Verstand. Aber du hörst deshalb nicht auf zu existieren. Du bist auch dann noch da, wenn du weder denkst noch fühlst. Ebenso wenig definiert sich dein Selbst über deine Eigenschaften. Wie sollte es auch. Schließlich ändert sich deine Persönlichkeit im Laufe deines Lebens immer wieder. Und keine dieser Varianten beinhaltet dein wahres Selbst. Denn wenn das der Fall wäre, würde mit jeder Veränderung ein Teil deines Selbst verschwinden. Die Wahrheit lautet daher, dein wahres Selbst ist keine Person. Dein wahres Selbst ist weder Körper noch Verstand noch Persönlichkeit. Aber was dann? Nun, das ist das größte Geheimnis von allen. Du bist Bewusstsein. Hier kommt eine andere Frage, bist du dir deiner bewusst? Die Antwort darauf kann nur lauten, ja. Du musst bewusst sein, denn sonst könntest du nicht über diese Frage nachdenken. Und du bist es schon immer gewesen, von deiner Kindheit bis zu diesem Moment. Dein Bewusstsein ist die eine große Konstante in deinem Leben, die allen Veränderungen deines Körpers, deiner Persönlichkeit und deiner Empfindungen standhält. Und genau das ist das größte Geheimnis. Du bist Bewusstsein. Dein wahres Selbst ist das, was sich all dessen bewusst ist, was du denkst, tust und erlebst. Lassen wir uns das mit einem kurzen Gedankenexperiment verdeutlichen. Stell dir vor, du hättest keinen Körper. Und jetzt stell dir vor, du hättest weder Verstand noch Namen oder Lebensgeschichte. Lass all deine Gedanken, Erinnerungen und Überzeugungen beiseite. Was bleibt dann übrig? Genau, Bewusstsein. Du kannst das Bewusstsein nennen, wie du möchtest, als deinen Geist, als unendliches Sein oder dein wahres Wesen. Die Autorin selbst spricht von Gewahrsein. All diese Begriffe bedeuten letztlich dasselbe. Das Gewahrsein ist die Essenz deines Selbst, der innerste Teil von dir, der sich immer gleich anfühlt, egal wie alt oder launisch du an der Oberfläche sein magst. Es ist pure Liebe und unendlicher Frieden. Und nicht nur das, Gewahrsein ist die Substanz, die alles und jeden im Universum durchdringt. Das bedeutet, dass es letztlich nur ein großes, kosmisches Bewusstsein gibt. Und du bist über deinen Körper und deinen Verstand damit verbunden. Sie sind wie ein Filter, der dich davon abhält, das gesamte kosmische Bewusstsein auf einmal zu erleben. Das ändert jedoch nichts daran, dass dich das Gewahrsein ausfüllt und umgibt. Unendlich und formlos. Immer und überall. Somit ist das Gewahrsein auch unsterblich. Es existierte lange, bevor dein Körper und dein Verstand zum Leben erwachten. Hast du Angst vor dem Tod, weil du fürchtest, dein Leben Ende mit dem deines Körpers? Dem ist nicht so. Denn nur materielle Dinge vergehen. Dein wahres Selbst, das Gewahrsein, ist unvergänglich. Damit haben wir das größte Geheimnis gelüftet, dein wahres Selbst ist reines Gewahrsein. Das Schöne ist, du musst nichts leisten oder ändern, um die Kraft des Gewahrseins zu nutzen. Das ist weder nötig noch möglich, denn du bist bereits Bewusstsein. Du musst nur diese Wahrheit erkennen und in diesem Wissen leben. Wenn dir das gelingt, treten all deine Sorgen und Ängste in den Hintergrund. Du empfindest kein Leid mehr, sondern nur noch pures, bedingungsloses Glück. Drei Schritte zur Seligkeit Also, wie wirst, und bleibst, du gewahr? Die Autorin verwendet eine Methode, die sie als Gewahrseinsübung bezeichnet. Diese besteht aus drei Schritten. Im ersten Schritt stellst du dir folgende Frage, bin ich gewahr? Aber versuche dabei nicht, mit deinem Verstand zu antworten. Es geht nicht darum, eine konkrete Antwort zu finden. Konzentriere dich stattdessen darauf, das Gewahrsein zu spüren. Und wenn dein Verstand mit einer verbalen Antwort oder einem Gedanken dazwischen funkt, stell die Frage einfach erneut. Sei dabei so locker und entspannt wie möglich. Versuche nicht krampfhaft, am Gewahrsein festzuhalten. Im Gegenteil, lass los. Spüre in dich hinein. Und öffne dich für das Gefühl von Erleichterung, Frieden und Zufriedenheit. Du wirst feststellen, dass dein Verstand mit jeder Wiederholung der Übung entspannter wird. Wenn das passiert, bist du bereit für Schritt 2, Gewahrsein feststellen. Je ruhiger sich dein Verstand wird, desto mehr wirst du automatisch spüren, dass du gewahr bist. Versuche jeden Tag, dich so oft wie möglich auf das Gefühl des Gewahrseins zu konzentrieren. Auf diese Weise gibst du der Ruhe in dir allmählich mehr Raum. Beim dritten und letzten Schritt der Übung geht es darum, als Gewahrsein zu bleiben. Dafür musst du lernen, deine Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Stell dir deinen Verstand wie ein Kameraobjektiv vor. Dein Verstand ist daran gewöhnt, sich auf kleine Bildausschnitte und spezifische Motive zu konzentrieren, ähnlich einem Objektiv mit hoher Zoomstufe. Aber um eine weite Landschaft zu fotografieren, musst du so weit wie möglich heraussummen. Genau das machst du mit deinem Verstand, um gewahr zu bleiben. Versuche es gleich hier und jetzt. Suche dir etwas in deiner unmittelbaren Umgebung, auf das du deine Aufmerksamkeit richten kannst. Konzentriere dich ganz auf dieses eine Ding. Und dann zoome heraus. Versuche, so viel wie möglich von deiner Umgebung wahrzunehmen, ohne dich auf etwas Bestimmtes zu fokussieren. Du wirst sofort spüren, wie sich dein Geist leichter und entspannter fühlt, weil du deine Energie nicht mehr auf eine Sache konzentrierst. Je mehr du dich darin übst, als Gewahrsein zu bleiben, desto ruhiger wird dein Verstand. Schwierige Aufgaben werden dir leichter fallen. Du wirst lernen, gelassener mit negativen Gefühlen umzugehen. Denn das tiefe, kosmische Gewahrsein lässt sich durch nichts erschüttern. Zusammengefasst, die dreischrittige Gewahrseinsübung hilft dir, so oft und so lange wie möglich gewahr zu bleiben. Aber du bist noch nicht ganz so weit. Denn noch hat dein Verstand das Steuer in der Hand. Seine Macht beruht auf der Überzeugung, dass die Negativität in deinem Leben von außen kommt. Doch Vorsicht, das stimmt nicht. Die Macht des Negativen Du bist sicher vertraut mit der Metapher vom Gehirn als Computer. Stell dir nun vor, dass dein Gehirncomputer nicht von dir gesteuert wird, sondern von einem Programm. Dieses Programm ist dein Verstand. Genau, und du gibst ihm viel zu viel Kontrolle über dein Leben. Dein wacher, denkender Verstand nimmt alles wahr, was ihm begegnet. All dieses Material wird in deinem Unterbewusstsein gespeichert, einem Speicher für all deine Eindrücke und Erfahrungen. Das Unterbewusstsein verarbeitet diese Daten eigenständig zu Überzeugungen, die dann wiederum dein Denken und Fühlen beeinflussen. Das Problem dabei ist, dass diese Überzeugungen nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden. Sie können sowohl wahr als auch falsch sein. Noch schlimmer ist, dass die meisten dieser Gedanken negativ sind, wie etwa Überzeugungen wie Ich habe zu wenig Geld, oder Diese oder jene Person mag mich nicht. Diese negativen Glaubenssätze agieren dann wie eigenständige Algorithmen in deinem Kopf. Dies führt uns zu einer wichtigen Erkenntnis. Die meisten Menschen nehmen an, dass ihre negativen Gefühle das Ergebnis externer Kräfte sind. Das Negative existiert irgendwo, da draußen, in der Welt und beeinflusst uns von außen. Doch in Wirklichkeit sind unsere eigenen Gedanken die Quelle aller Negativität. Oder um es mit Shakespeare zu sagen, an sich ist nichts weder gut noch böse. Das Denken macht es erst dazu. Dies führt natürlich zu einem Teufelskreis. Angenommen, du erlebst etwas Negatives, das negative Gefühle in dir auslöst. Diese negativen Gefühle können sich dann unbemerkt in deinem Unterbewusstsein zu negativen Überzeugungen verfestigen. Diese Überzeugungen beeinflussen dann wiederum deine Gedanken und Gefühle. So betrachtest du dein Leben durch einen Schleier der Sorge und Trauer, der dir positive Erfahrungen verwehrt. Dazu kommt, dass negative Gedanken weitere negative Situationen in deinem Leben hervorrufen können. Je negativer du denkst, desto stärker ziehst du negative Erlebnisse an. Wenn dein Verstand dir ständig suggeriert, dass du zu wenig Geld, Zeit oder Liebe hast, dann wirst du früher oder später tatsächlich Mangel erleben. Du siehst, negative Gefühle schränken dich genauso unnötig ein wie negative Gedanken. Die meisten von uns tragen viele dieser negativen Gefühle in sich, weil wir als Kinder gelernt haben, sie zu unterdrücken, anstatt ihnen Raum zu geben. Diese negativen Gefühle sitzen nun fest in unserem Unterbewusstsein und bedrohen langfristig unsere emotionale Gesundheit. Zusammengefasst, unser Leben wird oft von negativen Gedanken und Gefühlen bestimmt. Hier gibt es einen einfachen Schnelltest. Bist du glücklich? Genau jetzt, in diesem Moment? Falls nicht, steht irgendein negatives Gefühl zwischen dir und dem ungedrückten Glück deines wahren, natürlichen Selbst. Auch hier kann das Gewahrsein dir helfen, den Einfluss des Negativen ein für allemal zu überwinden. Gefühle annehmen, Gedanken hinterfragen Wenn du dich gut fühlst, bist du unantastbar. Dann bist du voller Energie und dennoch auf wundersame Weise entspannt. Alles scheint wie von selbst zu klappen. Dieses positive Gefühl repräsentiert dein wahres Wesen, die reine Positivität aus der unendlichen Quelle deines Gewahrseins. Negative Gefühle hingegen entstehen, wenn du dich gegen eine Situation oder ein Erlebnis wärst. Wenn du eine bestimmte Erfahrung machst und dich mit aller Kraft dagegen stemmst. Diese Ablehnungshaltung, dieses Nein. Ich will das nicht. Erzeugt Spannung und Widerstand in deinem Verstand und deinem Körper. Und das führt dazu, dass die negativen Gefühle noch länger in dir verweilen. Im Grunde ist es einfach, positive Gefühle fließen mühelos. Aber negative Gefühle bleiben nur durch einen enormen Energieaufwand bestehen. Positive Gefühle geben Kraft, während negative Gefühle diese absorbieren. Doch es gibt verschiedene Wege, diesen unnötigen Energieverbrauch zu überwinden. Wenn du also das nächste Mal ein negatives Gefühl verspürst, sei dir dieses Gefühls gewahr. Akzeptiere es. Lass es einfach zu. Wenn du den Widerstand aufgibst, kann die negative Emotion wie ein Strom aus schlechter Energie durch dich hindurchfließen und abklingen. Eine weitere effektive Methode ist das Willkommenheißen. Dabei wird die Reaktion zur Aktion. Du wartest nicht darauf, dass dich negative Gefühle überwältigen, sondern richtest deine Aufmerksamkeit bewusst auf das, was an schlechten Emotionen in dir vorhanden ist. Du kannst sogar deinen Körper symbolisch einbeziehen, indem du deine Arme ausbreitest, als würdest du jemanden umarmen. Du wirst spüren, wie sich dein Herz öffnet und die Spannung in deinen Gliedern nachlässt. Die Autorin konnte mithilfe dieser Methode die Wunden einer schmerzhaften Kindheitserfahrung heilen. Sie gab den Widerstand auf und ließ die negativen Gefühle zu. Die eingeschlossenen Emotionen durchströmten sie wie eine heiße Welle und verließen sie. Heute erinnert sie sich nicht einmal mehr an das ursprüngliche Erlebnis. Nun könntest du fragen, was ist mit den negativen Gedanken, die diese Gefühle überhaupt erst auslösen? Auch hier führt der Weg über das Gewahrsein. Trainiere dich darin, deine Gedanken kritisch zu hinterfragen. Erkenne an, dass sie nicht automatisch wahr sind. Sie entspringen deinem Verstand, aber dein Verstand ist nicht dein wahres Selbst. Die Kernbotschaft lautet also, akzeptiere deine negativen Gefühle und hinterfrage deine negativen Gedanken. Indem du ein Stück weit Abstand von deinen Gedanken nimmst, kannst du eine Entscheidung treffen. Du kannst deine Gedanken entweder akzeptieren oder ablehnen. So übernimmst du die Kontrolle, statt dich von deinen Gedanken steuern zu lassen, einfach indem du dir deiner Gedanken bewusst wirst. Dieser einfache Perspektivwechsel hilft dir, positiver zu leben. Weg mit alten Überzeugungen Zuvor haben wir über Überzeugungen gesprochen, die sich fast automatisch formen. Doch wie geschieht das? Letztlich sind Überzeugungen lediglich Gedanken, die du so oft denkst, dass du sie irgendwann für wahr hältst. Betrachten wir folgenden Gedanken, um mehr Geld zu verdienen, muss ich länger arbeiten. Diesen Satz hörst du möglicherweise von jemand anderem und beginnst dann, ihn selbst zu wiederholen. Bald akzeptierst du ihn als Wahrheit. Deine Wahrnehmung sucht dann nach Beweisen, die diese vermeintliche Gültigkeit unterstützen. Doch diese Überzeugung ist keine objektive Wahrheit. Sie ist lediglich ein Filter, der deine Wahrnehmung beeinflusst. Es ist wie eine Scheuklappe, die Gegenbeweise ausschließt. In unserem Beispiel, dem Glaubenssatz, mehr Geld bedeutet mehr Arbeit, versäumst du möglicherweise die Möglichkeit zu erkennen, dass es auch andere Wege gibt, um dein Einkommen zu steigern. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie viele deiner Überzeugungen dich hemmen, einschränken und begrenzen. Daher ist es wichtig, diese Glaubenssätze zu überwinden. Der erste Schritt besteht darin, dir deiner Überzeugungen bewusst zu werden. Dazu musst du zunächst erkennen, welche Gedanken tatsächlich Überzeugungen sind. Dies ist manchmal nicht offensichtlich. Gib daher deinem Unterbewusstsein die Anweisung, zeige mir all meine Überzeugungen nacheinander, damit ich sie erkennen kann. Bleibe dann im Gewahrsein, um sie nacheinander zu betrachten. Achte besonders auf Aussagen, die mit »Ich denke« oder »Glaube« beginnen, da diese oft tief verwurzelte Überzeugungen beinhalten. Eine andere Methode besteht darin, deine Aufmerksamkeit auf deine Reaktionen zu lenken. Denn Reaktionen sind letztlich ebenfalls eine Form von Überzeugungen. Stell dir vor, du erhältst eine Nachzahlungsaufforderung von deinem Stromanbieter. Dies löst möglicherweise eine negative Reaktion wie Wut, Angst oder Panik aus. Dahinter verbirgt sich oft ein negativer Glaubenssatz, beispielsweise die Überzeugung, dass dir Unrecht getan wird oder dass du nicht genug Geld hast, um die Nachzahlung zu leisten. Auch bei negativen Überzeugungen und Reaktionen gilt, werde dir ihrer bewusst. Erkenne, dass sie nicht die Wahrheit sind, sondern von dir selbst geschaffene Narrative. Indem du dies erkennst, erlangst du die Kontrolle über sie und entziehst ihnen die Macht über dein Empfinden. Dann lösen sie sich auf, zusammen mit den zahlreichen begrenzenden Gedanken, die dein Unterbewusstsein mit ihnen verbunden hat. Zusammengefasst, durch die Kraft des Gewahrseins überwinden wir falsche und begrenzende Überzeugungen. Je mehr falsche Überzeugungen du überwindest, desto leichter und freier wirst du dich fühlen. Du kannst dich dann zuversichtlich den Dingen widmen, die du wirklich erreichen möchtest. Alles ist Illusion. Die Welt präsentiert sich oft als ein chaotischer und oft grausamer Ort. Kriege, Hunger und erschütternde Armut prägen das Bild. Und dennoch behaupten manche Menschen, dass alles letztlich gut sei. Wer sind diese Menschen? Und wie kommen sie zu dieser Überzeugung? Diejenigen, die diese unerschütterliche Optimismus hegen, sind die Mystiker und Weisen. Ihre Argumentation für diese Sichtweise lautet, alles ist eine Illusion. Es mag so erscheinen, als ob alles um uns herum in einer konkreten und definitiven Form existiert. Doch der Fokus liegt auf Scheinen. Denn nach wissenschaftlichen Erkenntnissen verhält sich die Welt tatsächlich anders, als wir sie wahrnehmen. Was wir als Klänge oder Geräusche interpretieren, sind eigentlich nur Schwingungen, die unser Gehirn in die Vorstellung von Klang umwandelt. Doch niemand von uns kann überprüfen, ob die Welt außerhalb unserer Wahrnehmung wirklich so klingt. Die Quantenphysik postuliert, dass du nicht sicher sein kannst, ob ein Raum weiterhin existiert, nachdem du ihn verlassen hast. Es mag eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür geben, aber du kannst es nicht direkt nachweisen. All dies deutet darauf hin, dass die Welt, wie wir sie erfahren, lediglich in unserer Vorstellung existiert. Das ist die Illusion, von der die Mystiker und Weisen sprechen. Die Wissenschaft erkennt Muster und formuliert Gesetze, die uns helfen, die objektive Realität jenseits unserer Wahrnehmung zu verstehen, doch sie kann nur das untersuchen, was empirisch beobachtet werden kann. Sie wird daher nie in der Lage sein, die fundamentalen Fragen zu beantworten. Was ist das Universum, und woher kommt unser Bewusstsein? Für die Weisen der Welt ist die Antwort auf diese Fragen einfach, das Universum ist endlich. Es wurde durch den Urknall geboren und wird irgendwann vergehen. Wenn das Universum endlich ist, muss es aus einer Unendlichkeit entstanden sein. Es muss eine unendliche Substanz geben, die alles überdauert. Diese unendliche Substanz ist das Bewusstsein oder Gewahrsein. Es ist nicht an Raum oder Zeit gebunden, es kommt von nirgendwo her, sondern ist einfach da, in uns und überall um uns herum. Und damit schließt sich der Kreis zum größten Geheimnis. Du selbst bist das unendliche Gewahrsein, aus dem das Universum gemacht ist. Dein Leben ist wie ein Film, der auf die gigantische Leinwand dieses Gewahrseins projiziert wird. Zusammenfassend, die Welt, wie wir sie erleben, ist eine Illusion, erschaffen von unserem Verstand. Stell dir vor, du blickst in einer klaren Nacht hinauf in den scheinbar endlosen Sternenhimmel. Dann mag es so wirken, als ob diese Weite außerhalb von dir liegt. Doch dieses Bild ist lediglich eine Projektion. Es entsteht, indem Lichtpartikel auf deine Netzhaut treffen und von deinem Gehirn zu einer visuellen Vorstellung verarbeitet werden. Das, was du für äußerlich hältst, findet in Wahrheit in dir statt. Du bist das Universum, ebenso wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Es liegt an dir, was du aus der Kraft dieser Erkenntnis machst. Zusammenfassung Lassen Sie uns noch einmal auf unsere Ausgangsfrage zurückkommen. Was ist das größte und lebensverändernde Geheimnis, das sich direkt vor deiner Nase befindet? Die Antwort lautet, die Erkenntnis, dass dein wahres Selbst weder in deinem Körper noch deinem Verstand verhaftet ist. Du bist pures und reines Gewahrsein. Dies bedeutet erstens, dass du wie alle Menschen mit der unendlichen Ursubstanz des Universums verbunden bist. Du stehst im direkten Kontakt mit der Essenz des Lebens, die uns alle durchdringt und umgibt. Und zweitens bedeutet dies, dass du dich über deine negativen Gedanken und Gefühle erheben kannst. Du kannst eine Bewusstseinsstufe höher steigen, um deine begrenzenden Sorgen von oben zu betrachten, sie kritisch zu hinterfragen und ein für allemal zu überwinden. Seien wir ehrlich, das Leben ist für die meisten von uns zu anspruchsvoll, um jede Minute jeden Tagestrunken vor Glück über den Dingen zu schweben. Doch der Gedanke an das reine, pure Gewahrsein kann dir helfen, immer wieder herauszuzummen und in eine Art Vogelperspektive zu wechseln. Mach dir in schweren Momenten bewusst, dass du mehr bist als deine dringenden Sorgen und Ängste. Das hilft dir, negative Gefühle zu relativieren und die Ruhe zu bewahren. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft!